So, jetzt gehen wir gleich nochmal nach oben. Jo, vielleicht ist oben dein Schlüssel. Da oben ist ein Schlüssel, glaube ich. Bei mir war der Schlüssel zur Hintertür, glaube ich. Ne, noch nicht. Das war dann was anderes. In Keller ist auf jeden Fall auch irgendwas noch. Da können wir aber noch nicht rein. Da, da ist nicht schon noch dran. Licht! Eine Erfindung. Was man zwar alles erfinden kann, wenn man auf die Uni geht. Oder auch nicht. Hol dir das Mockenspray da. Hol es dir. Mockenspray hinter dir. Ach ja, aber man kann auch während man in seinem Haus rumguckt. Hier ist glaube ich ein Schlüssel drin. Kann man kurz drücken schon? Ne, kann man auch nicht. Schade. Oh. Nein, kann man nicht. Scheiße, die Musik hässlich. Batterien? Nein, ne, gibt mir die Batterien. Für die Taschenlampe. Und wieder ein Text. Vom Jungen. Die seit ihr sieben. Und hier ist nichts drin. Die Küste wäre wertvoll. Schlattergarten Text. Die hier? Gehört los. Was sind die Sachen? Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ich weiß mal ein bisschen los, die Gegend. Oh mein Gott, du bist so laut, Projekt. Mein Gott, wir können nicht alle hören. Und wenn man dich nicht hören kann, ist es auch nicht so schlimm. Ich krieg nicht. Ey, die Gamescom ist laut, aber du bist laut, als die Gamescom. Ich hab mich an die Gamescom angepasst. Dann gehen wir sofort dafür wieder raus, oder? Da, ich glaube, in der Küche gab's noch einen Ausgang. Aber egal. Ja, aber dafür braucht man die Hintertür. Da kommen wir halt in den Garten. Da brauchen wir aber erst den Schlüssel. Keine Ahnung, wenn wir den herkriegen. Vielleicht finden wir den. Im Schuppen war der, glaube ich. Ne, im Schuppen kommen wir viel später. Reifen, Reifen, Reifen. Im Schuppen kann man jetzt schon. Kannst du in Schuppen gehen schon? Ja, man kann schon in Schuppen gehen. Da ist das Tutorial drin. Ach so, der Schuppen. Gibt da noch eins? Ne, das heißt, die Farsch. Ach klar. Ja. Stopp. Drei Truhen müssen auf den LKW. Und da ist Munition. Können wir das Tutorial machen, einfach um alles zu zeigen, oder? Ja, es wäre sinnvoll. Können wir vorher den LKW-Belagern, meinst dir leid, zu mir. Linke Maustaste. Ja, ich weiß. Ich glaube, hier lag irgendwo der Schlüssel rum. Ich weiß nicht, in der Kiste da. Da hat irgendwas geblendet. Hinter dir, Bara. Bleh. Ein Gerät, um Batterien aufzuladen. Oh, freut mich. Dreh ich mal um. Da ist das in der Kiste da links. Ich habe irgendwas drin. Batterien. Schon wieder Batterien. Wieder Batterien, Alter. Das sind keine vielen. Das sind sieben Batterien. Das sind doch viele. Das sind nicht viele. Vielleicht auf dem Schrank oben drauf, oder so? Ich habe den Schlüssel auf jeden Fall schon gefunden gehabt. Ja, ich hatte den auch schon mal. Ja. Aber wie gesagt, bei mir waren die Sachen immer woanders. Die sind nur nicht vollständig geladen. Vielleicht kommt der Schlüssel erst, wenn man... Warum auch immer seine Koffer mitnehmen muss? Das sind ganzen Waffen drin, glaube ich. Scheinlich. Nur ein bisschen gespoilert. Ach was. Man sieht auch gleich, was wir dann... Was? ...weine Arbeit haben. Das ist ein Shooter? Nein. Hätte ich gar nicht erwartet von Half-Life. Das wäre ein Mensch, der mit Minecraft. Mit HD-DX wurden und so. Und wo man einen Menschen mit cool zertreten kann. Also, da habe ich gehört. Also, ne. Wie kommt man da auf? Sollen wir jetzt Tutorial machen? Ja, klar. Ja, Tutorial gleich. Ja, genau. Auf den Schrank gucken, auf den Schrank hinter dir auch da vielleicht. Nein. Tutorial. Willkommen zum Anderle Gameplay Tutorial. Im Anderle gibt es keinen Fadenkreuz, aber bei jeder Waffe lassen sich Kim und Korn nutzen. Manche haben auch Zielfernrohrer und Reflexe bzw. Laservisiere und so schnell kann ich nicht lesen. Versuche die Flaschen zu verschieben, um fortzufahren. Da hinten sind Flaschen. Da. Bäm. Nein, verfehlt. Oh, Aim-Skills. Das ist eine wahre Meister. Ich glaube, ich muss näher ran, oder? Und ich dachte immer wieder. Ja. Ja. Ich verstehe immer noch, warum. Warum ziehen nach oben es ist. So. Du hast sicher gemerkt, dass es schwer ist, am Ausdruck der Hüfte zu betreffen und dass man über die Kim und Korn deutlich besser ziehen kann. Versuch nur als Flasche zu zerschießen, während... Was? Das ist sogar das Flasche zu zerschießen? Das kann man nicht lesen. Was? Das kann man nicht lesen. Während man halt dieses Teil hier aktiviert hat. Ja, genau. Schön. Äh, seitens zu lehnen. Z und C. Sehr schön, irgendwie. So weit auseinander. Juhu. Ja, das war ich ja amerikanisch. Ja, so, ne? Können wir uns eigentlich umstellen. Ja. Weitere Fähigkeit ist die Nahkampfhörfelle Tritt. Und Q, unsere Lieblingstechnik. Unser Fuß. Grüße. Ach ja, der Fuß. Übertreibt nicht das Schlüsselspiel wieder ab. Die letzten zwölf Male. Nein, nicht übertreiben. Hör auf. Und wo ist es? Aber man muss erzählen, wir haben auch Half-Life 2 damit gespielt. Und das ist so lustig, wenn man Half-Life 2 mit dem Q spielt. Aber viel zu brutal. Ja. F-Taschenlampe. Oh, wir haben eine Taschenlampe. Oh, hey, ich kann nicht erwarten. End ist Nachtsicht. Wir nutzen es gleich mal. Das ist vielleicht besser. Jetzt seht ihr es mir gleich. Da ist doch Nachtsicht. End. Uhu. Wow. So viel besser. No point. Objekte aufheben. Eh, meint er. Keine Ahnung, warum man sagt, not bound. Ist total schrecklich, dass es hier zu wissen. Ja, tschuldigung. Zeigen die Laptop-Maus. Nein, ich meine allgemein ist auch so im PC schrecklich. Blup. Weil du musst ganz genau machen. Du musst genau auf den Dingsladen, auf die Taschenlampe oder so rauf. Und man muss, glaube ich, alles einsammeln, bevor es weitergeht. Aufheben. Aufheben. So. Verschlüffeln sie. So. Man kann verschiedene nützliche Gegenstände finden, wenn man sich umsieht. Draußen. Heilungs-Rail, Herste-Hilfe, Heil-Spray und Munition. Zusätzlich auch noch. Ach ja. So, hier. Batterien. Cool, danke, dass du eine Wege hast. Ich hätte sie auch. Auch, sie ist weg. Oder? Oh, Waffe. Waffe fallen lassen. Ja. Nein. Ja, noch finden, Waffe. Laser mit dir. Wunderbar. Yay. Laser pointer. Ja, und jetzt meint er es mit dem Ding hier. Ja, es bestimmt, dass er zur Kai geklaut oder so. Laser pointer? Ja, in der Kai gibt es zwei die guten. Und jetzt ist das mit, ähm, 2-2-Ego-Perspektiven so ein krank. Wunderschön sind wir. Warum auch man nicht unbedingt, ne? Das ist total schrecklich. F1, das ist das Ende. Nein, das ist um zu verlassen. Geh mal ganz aus rein. Jetzt aus. Nein. So, danke. Nein, jetzt können wir hier durch das Tutorial verlassen. Ah, wir sind frei. Oh mein Gott. Und jetzt fahren wir weg. Jetzt fahren wir zur Arbeit. Wir haben ja schon unsere LKW-Schlüssel gefunden, also. Ihr habt ja eben in den Nachrichten gehört, dass irgendwas passiert ist. Jo, Terroristen haben einen Krankenhaus übernommen. Ja. Äh, ich muss älger wehen. Lalalala. Ach so, du musst jetzt die Schlüssel wiederholen, ne? Ja. Wo waren die letztes Mal? Ja. Ach, mal klar. Zwei Taschenlammen. Wo-hu. Weiß ich auch nicht. Irgendwie hat irgendwas gelesen. Ich hab doch nicht gelesen. Einfach zur Türkei noch einsteigen. Die Teile vielleicht gibt mir angefragt. Wunderbar. Jetzt fahren wir. Und auch nicht. Wir stehen einfach bloß da. Auch schon. Schön getränkt. Jetzt wird aber los. Und jetzt lädt er. 200 Millionen. Und jetzt ein Ding. Auch ein Coca-Cola. Oh, Hardcore-Cola von Topstar. Keine Fleischwerbung. Ja, keine Fleischwerbung. Fleischwerbung. Irgendwie habe ich noch so ein Komplex da, dass das Band noch am Arm ist. Ja. Du auch noch. Ja. Ich hab sogar noch. Ich will sie jetzt nicht abziehen, aber es nervt. Das geht nicht mehr. Es geht nicht mehr. Ich hab sogar noch. Von der Hosentasche hier irgendwo. Ich hab sie noch. Hast du jetzt die Chips geholt? Soll ich so rumkost? Ja. Das dürfen mir den Leuten noch nicht anziehen. Die ganze Mikrofon muss fangen. Ja, gut. Und wir was hab ich jetzt. Ja, man kann ja auch muten hier. So ist eine Mut-Taste, wo man sehr, dass es ging. Aber ja, in unserem Zimmer stinkt so. Kann dir nicht die vollkriegen. Ich glaub. Nein, nicht dick so. Ach, Mann. Und jetzt müssen wir ganz schnell weglaufen. Ach, die machen. Weglaufen. 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 Oh mein Gott. Das ist so schön jetzt auch gemacht. Das mag ich. Auch wenn die Synchronisation finden, ist so schlecht. Sie sind großartig schrecklich. So, here's the deal. Apparently terrorists of an unendete Organisation took control of a whole hospital. Gunshots reported by a neighbor. There are no demand whatsoever. All we know is that they went inside and started this mess. And now half the city is blocked. We'll drop you on a parking lot near the hospital. It's just one street away. North. You can see it from the parking lot. Go to the top floor in the building. In front of the hospital. Take off a sniping position. Evaluate the situation. And wait for further orders. So, hello. We have to sit today. Oder auch nicht. Warum bist du jetzt einer Tastatur unter Maus? Ich weiß es nicht. Ich mache das immer wieder. Jetzt ist es genauso wie mit einem Keyboard. Guck mal kurz das Video von Andreas und Frau und auch schon. Die dann ins Keyboard. Ja. Wie so ein Abhängiger. Mann. All right. You can see our civilians on the streets. Remember, I can see everything through your arms. I can see everything through your arms. Just get to that building. You'll see a car right down there near the hospital. When mit H. Wo? Wenn. Geh nach links. Wenn. Wann du dich Kreuzung erreicht. Naja. Ich ging an den Laserpoint auch. Hab's dir. Dann brauch keine Scheiße bauen. Lass das richtige Spiel spielen. Nein. Hör auf. Böser, böser Drachenbrot. Aber. Wir hatten schon viel Spaß hier mit dem Spiel gehabt. Ja, man kann richtige Scheiße bauen. Das ist auch richtig gut gedacht. Weil, wenn man einen der guten tötet, dann kommen Polizisten und verfolgen ein Problem. Na, kommen alle auf einmal los, sag mal so. Ja, und dann muss man vor denen wegrennen und man kann sich verstecken und irgendwas verbarrikadieren. Und so was. So geht man sehr unterhaltsamer. Wir wollen das richtige spielen und danach vielleicht noch ein bisschen abfangen. Vielleicht in den Outtakes. Ja. Wir sind in den Outtakes drin. Sag mal. Mal los. Drück lieber nicht Q. Und das war's. Hey. Warum muss ich mit diesem Projekt zusammenarbeiten? Wir sind falsch zusammen. Ja, wir sind falsch. Wir müssen in die Richtung und dann links. Total links. Da, da, wir rennen. Ich finde es so komisch. Ich glaube, die Animationen sieht voll nett aus. Ich finde die Animationen richtig cool. Ja. Der Sprint nicht so komisch wie Sonic. Ich würd nicht. Nö, der Sprint realistisch. Da rechts in die Seitenstraße rein müssen. Aber der macht so kleine Schritte, irgendwie so sieht es aus. Wie kannst du das erkennen, wo der seine Füße hat? Sprint hinmal. Und auf den Bogen gucken. Nicht so. Schon ein 45 Grad Winkel. War doch. Hab ich doch. Hey, they're waiting for you on the top floor. Okay, danke schön. Okay. Und der Aufzug ist natürlich oben, deswegen dürfen wir hochlaufen. Dieses Schweine. Das ist irgendwie in jedem Spiel so. Drehwurm. 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 Also noch 20 Stockwerke oder so. Ich glaube, es sind insgesamt 7. Ist doch das gleiche. Die magische Zahl. Ich bin eine andere Kabel. Das hat zwar nicht gezahlt. Das ist genau trotzdem. Oh, aber. Wandgelaufen. Aber schon wieder. Zweimal die magische Zahl ist 42. Die hat doch noch alles. Na, eigentlich Maus zurecht drücken, weil die so klein ist. Oh, du bist oben, oder? Ja, du bist oben. Und nein, die sind labern nicht lustiges Zeug. Und da sind die Leute, um zu kommen, um zu kommen und verrufen deine Furniture. Don't touch me. Oh, du bist oben, oder? Oh, du bist oben. Oh, du bist oben, oder? Oh, du bist oben, oder? Wie so ein wetter Romo. So calm down and let's do our job. Ja, 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 whatever. Die... Ah, Synchro ist so schlecht. Nein, bin ich nicht. Ich hab nur sowas dabei. Brauchst du den linken Maus davon? Siehst du, ich hab nur eine Pistole dabei. Wie kommst du drauf? Ich bin in den Sniperpapier, die haben da sonst noch so verkackt. Schade, dass man den nicht blenden kann. Man verkackt auch hier und so oder so, oder? So oder so, so oder so. Wir müssen euch steuern. Rauschen, ich hab nur einen Echterpantel haben wir gehört. Ja, das sieht so viel cool aus, wenn du so einen roten Punkt hast. Ich find zwar, wenn du dich regn, aber wo du hinziehst. Ich find zwar cool, wie die an der Stelle einfach die ganze Zeit auf dich draufbeulst, aber nicht stoppt. Doch schon, ne? Ja. Boom. Headshot. Ich hab ihn getroffen. Das war kein Headshot, aber es war's. Lalalala, wupp. Okay, du wirst die Tos ja auch nicht retten. Ich hab sie noch nie gerettet. Ich hab sie schon mal gerettet. Was passiert denn dann? Dann, äh, wollt die da wieder in Tos rein. Nenn ich. Ja. Mach auch keine großen Insursicht. Boah, danke. Ja, cool. Nicht in Sleihwecke. Ja, hab ich mal das mal weggeschmissen. Ist bald. Ich ruf in die Stücke. Ab nach unten. Hey. Wir können auch zu mir im Party. Ich hab's nicht gefunden. Hat euch noch nicht gezeigt, wie viele Stockwerke es waren? Nein, zu schade. Kann dir jemand machen von den Abonnenten? Ja, schält die Stockwerke. Genau. Macht mit der Fettricht. Rettrichtung. Ich weiß. Ich weiß, dass ich im Krankenhaus der Gegenüber muss und dann das Wort hier auf mich wartet. Ja, das läuft wahrscheinlich gleich los. Hallo. Oh ja. Oh, bist du gut. Zielen? Krass, wie schnell du von dir verloren hast. Ja, ich hab' ihnen kein Ziel mit zu tun. Seh'nix. Hab' ich schon gern eigentlich auch, und kommst? Nein. Okay, ach, FBS. Das schmackt, dass du auch so erleben. Der Nebel ist hier so schrecklich. Der lebt noch. Nee, ist meiner. Ich hab' ihn aufgeschossen, ey. Ja, kann mal. Aber das ist so geil, weil man den tötet. Über die es ja da war. Das letzte Mal auch sehr lustig, als ich gespielt hatte, hatte ich mich voll ausschreckt mit so'n Typ, dass sie um die Ecke kamen und dann voll weg kamen. Ich schossen, das war etwas unphotografen, weil die wieder nachher vollkommen kamen. Jetzt kommen die ein. Aber irgendwie find' ich die Piste nicht fest. Wir konnten schon mal das erste Mal Q verwenden gleich. Hallo, Tod. Q drücken. Bist du? Ja, bitte. Willst du es verantworten? Ja. Ja, ich will PGLT haben. Au, wie es mir fehlt. Ich bringe rüber an euch, voll weg, oder auch nicht. Den gestickten zu sein Freund. Freund. Boom. Boom. Kuh. Der Ding ist, die Körperteile von hier so ein bisschen. Grüße, das ist cool. Der vierte Arm, bitte aus dem hinten Arm aufgetreten, aber wirklich zu schwarz. Ja, ich weiß nicht, Arme, mach mich so. So, voll die geile Version. Unzentriert, aber doch zentiert. So, ähm, wir könnten da hinten abkürzen oder da gehen. Ach, wir gehen nochmal ein Weg. Ja, noch.